Das Leben ist ein Angebot, das man auch ablehnen kann. Trauern Sie um Ihren Bruder, Mia. Trauern Sie nach Kräften. Und währenddessen kehren Sie zur Normalität zurück. Räumen Sie auf. Wenn Sie und Ihr Schwadron aufs dreckigen Kläffer nicht diese Kampagne gegen Moritz gefahren hätten, dann wäre er vielleicht nicht verurteilt worden. Und ohne Verurteilung hätte er sich nicht umgebracht. Der DNA-Test, der Ihren Bruder überführt hat, ist ein Fehler. Entweder ich verfluche ein System, zu dessen Methode es keine vernünftige Alternative gibt, oder ich verrate die Liebe zu meinem Bruder, an dessen unschuld ich ebenso fest glaube wie an meine und ihre Existenz. Die Demonstrationen hören auf, die Hobby-Revolutionäre gehen nach Hause. Da draußen ruft niemand mehr. Dein Anwalt legt sein Mandat nieder. Niemand muss eine Terroristin verteidigen. In meinem Kopf lebt Sibylle weiter, in meinem Kopf gibt es Freiheit. In meinem Kopf tanzen und trinken und feiern die Menschen bei Nacht auf den Straßen und die Bullen stehen daneben und gucken zu.